Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Manaf, ich komme aus Indien. Ich lerne Deutsch durch Sprechen. Sie können auch durch Sprechen mit mir üben. Ich habe das Video mit Englischen und Deutschen Untertiteln versehen. Heute spreche ich über, warum Deutschland Shahrukh Khan liebt. Los geht's. Shahrukh Khan ist der größte Star des Indischen Kinos. King Koenig als der Schauspieler von seinen Fans genannt wird. Hart in Deutschland eine große Fangemide. Besonderer Warnung von René Lazar aus Stuttgart. Er spielt gern wie Shahrukh und Kreuz seine Lieder neu. Zimbabyspiel. Er spielt perfekt. Shahrukh's Ausdruck. Er spielt auch ein effizienter Lieder. Von Kall ho na ho. Oder Leber und Danknischt an morgen. Im Jahr 2003. wurde in Deutschland im lokalen Fensien ein romantischer Film Kabhi-Khushi, Kabhi-Kam oder in guten wie in Schweren Tagen gezeigt. Die Film handelt von Liebe und Familienzusammenführung. Dies lässt eine Begeisterung bei deutschen Frauen für Shahrukh Khan Films aus. Untersuchen wir die Grund für seine Fangemide. Los geht's. Das Gefühl. Indische und deutsche Filme sind sehr unterschiedlich. Deutsche Filme sind so ernst und real. Waren Indische Filme sehr emotional sind. Sie bringen einen zu lachen. Sie bringen einen zu weinen. Shahrukh hat den Ausdruck der Liebe durch seinen Charakteristischen Schritt gemeistert. Er bräuchert langsam weit die Arm und schaut intensiv in die Femme. In Bollywood gibt es viele Schauspieler die für ein Art von Film Genre beliebt in. Jumbaispiel, Salman Khan für Action Filme und Akshay Kumar für Film mit Social-In-Thema. In Anneliese Weise, Shahrukh Khan is behoomt for this Romantisch Yorna. Sein Liebes film, we, Dilwalde Dornia lehe jayenge. Und, kuch kuch hota hai. Bei deutschen Frauen sind sehr beliebt. Dialog. Sein Film haben viel gut Dialog. Die Inspirieren. Sie bringen einen dazu, sie zu verlieben. Vielleicht haben sie diese Dialog gehört. Bade, bade, däschhau mein. Äh, 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 äh. Kleina, Kleine, Klain, Kleine, Ding, gott feel good Synchron special. Die Stimmen. Lippen-Synchron. Äh, mit deiner. Äh, össdrucken. Die Schauspieler. Die Schauspieler. Uba Iron. So, you don't get lost in translation. They are Tanns. Ein weiter grosser Attraction in hindi Filmen, den Tanz, Farbenfrau Kostüm und Lieder Das macht Bollywood Einzisch Artisch In Deutschland wurden die Lieder und Synchronischen Gazzait Es gibt mehr die Emotionen und Geospuren als die Texte zu verstehen Es gibt sogar Bollywood Transschulen in einigen deutschen Städten Wurde ich ihnen zwei Trivialitäten nennen Wusstet sie, dass Shahrukh zu Beginn seiner Karriere als Schurk gekastet wurde? Shahrukh und Kajol sind das beliebteste Paar in Bollywood Filmen Beide sind jedoch mit anderen Partnern verheiratet Haben sie einen der Shahrukh Filmen gesehen? Schreiben sie mir in den Kommentar über ihren Lieblingsfilm oder Dialog Bis bald Tschüss!